Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur effektiven Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest. Der Kollege Hans-Jürgen Müller bringt den Gesetzentwurf ein. Bitte schön, Herr Kollege Müller. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In aller Kürze möchte ich noch den Blick auf eine andere Viruserkrankung lenken, die zum Glück nicht uns Menschen betrifft. Ich möchte das Fraktionsgesetz zur effektiven Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest hier in den Hessischen Landtag einbringen. Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf, Drucksache 20 2567, sieht im Wesentlichen vor, dass Wildschweine zukünftig auch mit Nachtsichtgeräten bejagt werden dürfen, sowie eine Ermächtigungsgrundlage, mit der das für Jagdwesen zuständige Ministerium ermächtigt wird, per Verordnung jagdrechtliche Vorschriften aufzuheben, um Wildschweine im solchen Fall effektiver bejagen zu können. Wir halten die Maßnahmen für dringend notwendig, zum einen, um die Prävention von dieser Krankheit zu verbessern, und zum anderen, um bei einem Ausbruch der Krankheit geeignete Gegenmaßnahmen zum Schutz der schweinehaltenden Betriebe in Hessen ergreifen zu können. Vielen Dank. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank, Herr Kollege Müller, für die Einbringung. Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, auf eine Aussprache zu verzichten. Ich darf Sie fragen, ob wir den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung annehmen wollen. Wird der Antrag nach § 14 gestellt? Jürgen Frömmrich stellt den Antrag für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ich lasse nun über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-2567 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE ist der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Wir haben auf Ausschussüberweisung verzichtet. Ein Antrag auf Ausschussüberweisung ist nicht gestellt worden. Jetzt kann der Landtag, wenn das die eine Fraktion oder mindestens fünf Abgeordnete so beantragen, mit der Zweite Regelmehrheit der anwesenden Mitglieder in die zweite Lesung eintreten. Ich frage, ob ein Antrag nach § 14 Absatz 3 gestellt wird. Jürgen Frömmrich tut das für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Auch hierüber lasse ich abstimmen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten wird? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit haben wir das so einstimmig beschlossen. Wir können unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Auch hier ist vereinbart worden, dass es keine Aussprache gibt. Wir können daher den Gesetzentwurf jetzt in zweiter Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE angenommen und das Gesetz zur effektiven Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest zum Gesetz erhoben.